Herzlich willkommen zum letzten Video für heute und für diese Einführungswoche in die Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Nachdem wir uns ja jetzt erstmal damit beschäftigt haben, was Ergonomie eigentlich überhaupt ist und uns dann ein bisschen angesehen haben, was denn es für gesetzliche Rahmenbedingungen und Normenrahmenbedingungen für Ergonomie eigentlich gibt, gucken wir uns jetzt mal noch ein paar Ansätze an, wie man an dieses Thema so herangegangen ist und vor allen Dingen auch, wie wir eigentlich an das Thema denn jetzt herangehen wollen. Denn wir wollen uns ja ein bisschen unterscheiden auch von dem, was es so gibt. Das hat natürlich einen Grund. Wir unterscheiden uns natürlich nicht einfach so. Gucken wir uns den ersten Ansatz an. Konsistenz. Konsistenz ist eine gute Idee, ist ein schöner Ansatz und wird häufig sehr weit nach vorne gesetzt als fast das Wichtigste, was man so überhaupt machen sollte in der Software-Ergonomie, vor allen Dingen von Ben Schneiderman. Ben Schneiderman ist einer der Usability-Gurus so schlechthin, einer aus den USA. Wir werden gleich noch von so ein paar anderen hören und Ben Schneiderman ist schon seit Jahren im Geschäft und macht seit Jahren ein sehr populäres Buch über Software-Ergonomie oder Usability oder wie immer er es gerade nennt oder wie das da gerade genannt wird. Und er hat da so goldene Regeln, die er formuliert. Und die erste goldene Regel und damit auch für ihn die wichtigste goldene Regel ist die, die hier beschrieben steht, ist strive for consistency, also strebe nach Konsistenz. Strive for consistency. Consistent sequences of actions should be required in similar situations. Identical terminology should be used in prompts, menus and help screens. And consistent color, layout, capitalization, fonts and so on should be employed throughout. Ja, klingt gut. Ist auch gut. Ist auch wirklich eine gute Idee. Sollte man auf jeden Fall machen und werden wir auch in unserem Rahmen drin haben. Wir stellen es nur nicht so sehr an die erste Stelle und wir sehen, es gibt ein paar Probleme damit. Welche Probleme gibt es denn? Na, das Problem ist vor allen Dingen, was sind denn similar situations? Das ist gar nicht so einfach. Was sind denn gleiche Situationen, in denen gleich gehandelt werden kann? Und will man in vorgeblich gleichen Situationen auch wirklich immer das Gleiche tun? Gucken wir uns das mal an einem Beispiel an, nämlich an Drag & Drop. Und zwar jetzt Drag & Drop in einem Dateimanager. Also hier jetzt rechts abgebildet ein Explorer. Hier in Windows 7. Hat sich aber nicht geändert. Drag & Drop ist total inkonsistent. Deswegen habe ich oben geschrieben, konsistent, inkonsistent. Was bedeutet denn Drag & Drop von einer Datei? Zum Beispiel jetzt mal von der rechten Seite, da wo wir ja dieses Fenster sehen, auf dem Desktop. Ist das verschieben? Bedeutet das verschieben? Verschieben ist immer ein bisschen kritisch. Also normal kann man ja sagen, ja gut, ich habe hier eine Datei auf der einen Seite, ich habe eine Datei auf der anderen Seite. Zum Beispiel eines ist im Ordner, das andere ist außerhalb des Ordners. Das Schieben einer Datei bedeutet dann das Verschieben dieser Datei auf dem Datenträger. Das ist soweit logisch. Das ist aber häufig nicht das, was man so wollte und was man so will. Zum Beispiel, wenn man früher mal eine Diskette hatte und hat die Diskette eingelegt und auf der Diskette war eine Datei und man hat die dann auf die Festplatte verschoben oder geschoben, also das Icon geschoben, dann wollte man meistens nicht, dass das von der Diskette verschwindet, sondern man wollte eine Kopie anlegen. Das war dann das naheliegendere. Also hat man dann gesagt, ja gut, wenn das zwei verschiedene Datenträger sind, dann machen wir nicht verschieben, sondern dann machen wir kopieren. Das ergibt auch Sinn bei der Diskette und hat bei der Diskette auch zu wenig Problemen geführt. Führt aber wohl zu Problemen, wenn ich in meinem Computer zum Beispiel zwei Festplatten eingebaut habe oder meine eine Festplatte in zwei Partitionen eingeteilt habe. Denn dann passiert das auch. Dann seht ihr auch an, da sind zwei verschiedene Datenträger. Jetzt verschieben wir nicht, sondern kopieren stattdessen. Und das ist irritierend, denn das weiß man ja auch häufig gar nicht. Also könnte ja zum Beispiel sein, dass ich jetzt hier auf der rechten Seite den lokalen Datenträger C habe und auf links sehe ich den Desktop und der Desktop, der würde auf Laufwerk D liegen. Das kann man ja so einrichten. Und dann würde man immer dorthin kopieren anstatt dahin verschieben und das wird einem irgendwie gar nicht klar, weil man ja nicht merkt, dass das zwei verschiedene Datenträger sind. Eigentlich ist es auch egal, auf welchem Datenträger das jetzt eigentlich liegt. Das ist also schon schwierig. Das ist heute häufig nicht so passend. Was passiert denn bei Drag & Drop, wenn ich Drag & Drop auf ein Programm-Icon mache? Also ich lege das Icon auf ein anderes Icon. Ja, dann passieren ganz unterschiedliche Dinge. Also beim Programm-Icon wird das Programm geöffnet. Das gleiche funktioniert auch bei E-Mail oder beim Drucken. Also die gleiche Operation tut dann doch etwas anderes, weil das die Zielfläche eine andere ist. Und was man jetzt auf der rechten Seite auch noch sieht, auch selbst vom Dateityp, den ich verschiebe, hängt es ab, was passiert, wenn ich verschiebe. Dateien werden verschoben, Ordner werden auch verschoben, aber eine Programmdatei wird zum Beispiel nicht verschoben, wenn ich sie auf den Desktop ziehe. Können wir uns hier in dem Video mal ansehen. Also da steht jetzt auch dran, nach Desktop verschieben. Ich mache es mal nicht, sondern gucken uns das nochmal so an. Auch hier steht dran, nach Desktop verschieben. Aber jetzt als nächstes, wenn ich diese Datei hier nehme, das Programm, also die Exit-Datei, dann steht da Verknüpfung erstellen auf Desktop. Auch das ist ja eigentlich total inkonsistent, weil man kann ja sagen, ich mache das Gleiche, also muss auch das Gleiche passieren. Oder mache ich doch gar nicht das Gleiche. Und da ist genau die Schwierigkeit bei der Konsistenz und Inkonsistenz. Anderes Beispiel. Bei Windows gibt es zumindest vermeintlich eine Inkonsistenz, nämlich zwischen dem, was passiert, wenn ich Inhalte mit dem Finger verschiebe, wenn ich also mit dem Finger auf eine Oberfläche fasse und schiebe. Und was passiert, wenn ich hier dieses Scrollrad drehe. Was passiert bei so einem Windows, wenn ich schiebe mit dem Finger? Es wird der Inhalt verschoben. Es passiert also das hier. Wenn ich nach unten schiebe, runterschiebe, dann wird der Inhalt nach unten verschoben. Anderes so, wenn ich nach oben schiebe, wird der Inhalt nach oben verschoben. Wenn ich das Scrollrad drehe, passiert etwas anderes. Dann wird nicht der Inhalt verschoben, sondern dann wird das Fenster verschoben über den Inhalt. Das heißt, wenn ich nach unten schiebe, wird das Fenster nach unten verschoben über den Inhalt. Wenn ich nach oben schiebe, wird das Fenster nach oben verschoben. Das heißt, es bezieht sich auf zwei unterschiedliche Objekte. Einmal bezieht sich das Schieben auf den Inhalt und einmal bezieht sich das Schieben auf das Fenster. Ist das inkonsistent? Kann man das inkonsistent nennen? Bei Apple hat man offensichtlich das so empfunden und hat dann gesagt, wir machen das gleich. Es passiert immer das Gleiche und das nennen wir jetzt Natural Scrolling, weil das eine ist ja natürlicher, dass man das einen den Inhalt verschiebt und das andere ist dann ja offensichtlich wohl irgendwie unnatürlich. Schwachsinn. Einfach Unsinn. Da ist nicht das eine natürlich oder das andere unnatürlich. Völliger Unsinn. Es ist beides gleich gut. Wenn man das inkonsistent nennen möchte, weiß ich gar nicht, weil empfindet man denn überhaupt das Verschieben mit dem Finger und das Scrollen mit dem Rad als die gleiche Operation? Wir können auch Konsistenz sagen zu Konsistenz mit der Außenwelt. Also ich habe schon irgendwelche Objekte in der Außenwelt und was ich am Computer habe, sollte mit diesen Objekten der Außenwelt identisch sein, sollte zu denen konsistent sein. Das sehen wir schön beim Windows-Taschenrechner und wenn wir den Taschenrechner mal 5 plus 5 mal 3 ausrechnen lassen. Wir sehen jetzt rechts den Taschenrechner und habe angegeben 5 plus 5 mal 3 ist 20 und jetzt habe ich hier nochmal den gleichen Taschenrechner und da habe ich auch eingegeben 5 plus 5 mal 3 und er hat mir ausgerechnet 30. Was seht ihr für einen Unterschied? Auf der rechten Seite ist der Taschenrechner auf den wissenschaftlichen Betrieb eingestellt, also wie ein wissenschaftlicher Taschenrechner, ein komplexerer Taschenrechner, so wie ihr die Taschenrechner auch in der Schule hattet und der linke Taschenrechner ist ein Standard-Taschenrechner, der viel einfacher gestaltet ist. Und man hielt es bei Microsoft für sinnvoll, hier konsistent zu sein zu Taschenrechnern, die es in der Außenwelt gibt. Das heißt, der wissenschaftliche Taschenrechner kann Punkt-vor-Strich-Rechnung, der Standard-Taschenrechner kann keine Punkt-vor-Strich-Rechnung. Ist das konsistent? Ja, irgendwie schon. Es ist konsistent zu den existierenden Taschenrechnern. Man könnte auch im ISO-Sprachgebrauch sagen, wo wir ja letztes Mal von gesprochen haben, ist erwartungskonform. Aber eigentlich ist es doch völlig inkonsistent, denn die gleiche Eingabe bewirkt ein anderes Ergebnis, obwohl die Operationen, die der Taschenrechner kann, die gleichen sind. Zumindest die, die ich benutzt habe, sind die gleichen. Komisch. Also ist es jetzt inkonsistent oder konsistent, was hier passiert ist? Man weiß es nicht. Andere Konsistenzanforderung. Es hat sich was geändert. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wahrscheinlich nicht, weil ihr schon seit Jahren bis Jahrzehnten Handys oder Smartphones benutzt. Aber für die unter uns, die ältere Telefone kennen, wie dieses Formschöne hier auf der rechten Seite, wie man das früher von der Bundespost hatte, wenn man da telefonieren wollte, was musste man machen? Man musste erst den Hörer abnehmen und konnte dann wählen. Am Handy ist das nicht so. Am Handy wählt man erst. Gehen wir mal davon aus, wir geben die Nummer selbst ein. Man wählt erst und drückt dann auf Abheben. Wenn man das an dem anderen Telefon macht, passiert überhaupt nichts. Sollte man da Konsistenz fordern? Also sollte man auch beim Handy es fordern, dass man erst abheben muss, dann kriegt man einen Freiton und kann dann wählen? Wäre das sinnvoll? Nein. Es würde ja dem Vorteil der Technik total widersprechen, dass man live über die Leitung wählen muss. Das ist gar nicht sinnvoll. Also Konsistenz alleine kann es nicht sein und ihr seht, Konsistenz hat irgendwie immer Brüche in sich. Anderer Ansatz. Metaphern. Man sollte Metaphern verwenden. Was sind Metaphern? Ja, Metaphern gibt es schon in der Bibel oder zumindest wird das heute Metaphern genannt, was in der Bibel steht. Aber biblisch wollen wir jetzt nicht werden. Die Idee hinter einer Metapher ist, dass man etwas Unbekanntes dadurch zugänglich macht, dass man sich auf etwas bezieht, was man von woanders her kennt. Also man macht so einen Vergleich, eine Analogie. Man kann das machen beim Stromfluss zum Beispiel. Stromfluss, da steckt das Wort Fluss drin, also Fließen in dem Sinne Fluss. Also das Fließen von Wasser wird da als Metapher benutzt. Was hat das für Vorteile? Na ja, man kann sich etwas herleiten am Stromfluss, indem man sich das wieder vorstellt, was man von dem Fluss von Wasser kennt. Also zum Beispiel, na ja, es gibt so Parallelen. Also es gibt eine Parallele zwischen der elektrischen Spannung und dem Wasserdruck in einer Leitung. Und zwischen der Stromstärke und der Wassermenge, die in einem bestimmten Zeitraum durch so eine Leitung hindurch geflossen ist. Und diese Analogie kann einem helfen, sich das wieder herzuleiten. Das Problem ist aber, andere Bereiche, in anderen Bereichen funktioniert das nicht. Also zum Beispiel sowas wie Stauen und dann läuft was über oder sowas, was es bei Wasser ja gibt. Das kann man ganz schwer nur auf Strom beziehen. Da gibt es zwar auch Effekte mit so Übersprüngen oder sowas, aber das ist dann sehr gesucht. Das funktioniert nicht mehr richtig, die Metapher an der Stelle. Das muss man wissen. Und jeder, der diese Metapher benutzt, zumindest sinnvoll benutzt, der weiß das eigentlich auch. Die Metapher hilft einem vor allen Dingen in erster Linie dann, wenn man schon Bescheid weiß. Also wenn man das eigentlich gewusst hat. Was war aber doch gleich Spannung und was war Stärke? Dann hilft einem vielleicht die Metapher wieder weiter. Die Computersprache ist auch ganz, ganz, ganz stark von Metaphern durchsetzt. Also wir können fast nicht ohne Metaphern sprechen. Denken wir mal an Netze. Na, was haben wir dann da im Kopf? Ein Netz irgendwie so verknallt. Navigation. Ja, bei Navigation. Ein Kompass oder irgendwie sowas haben wir. Oder eine Karte. Irgendwie sowas haben wir dann im Kopf. Verschlüsselung. Na, da ist ja offensichtlich ein Schloss da mit dem Schlüssel drin. Und die Schlüssel hat nicht jeder. Da sind immer Metaphern, die da eine Rolle spielen dabei, bei dem Ganzen. Metaphern haben im User-Interface sogar noch eine stärkere Rolle. Beziehungsweise sie werden sogar noch stärker interpretiert, eben beim Stromfluss. Da war es irgendwie klar, dass das nur eine Analogie ist. Wenn wir uns diese Metapher hier mal angucken, das ist ein ganz frühes grafisches User-Interface von Xerox, vom Xerox Star. Da werden wir auch in den nächsten, ich glaube in zwei Wochen drüber sprechen, wenn es um so computergeschichtliche Sachen geht. Naja, was seht ihr da? Ihr seht ganz viele Elemente auf diesem Desktop liegen, die an Elemente erinnern, die man von einem Schreibtisch kennt. Zum Beispiel Dokumente, Ordner, Eingabe, Körbe, Ausgabe, Körbe, Drucker, Aktenschränke. Da wo Holbert und wo Public dran steht, das sind Aktenschränke. Aber das sind eigentlich schon keine Metaphern mehr dabei. Das sind keine richtigen Analogien. Das sind richtige Nachbildungen. Da wird richtig versucht, die gleiche Anmutung mit der gleichen Funktionalität wieder zu erzeugen. Das sind richtige Nachbauten. Und das ist das, was man üblicherweise meint, wenn man von User-Interface-Metaphern spricht. Das ist problematisch, denn Metaphern brechen stark. Das tun sie auch hier schon. Kennt man auch heute noch. Also einen Aktenschrank haben wir typischerweise nicht auf dem Schreibtisch stehen. Einen Papierkorb haben wir auch nicht auf dem Schreibtisch stehen, so wie wir das heute beim Mac noch kennen. Ich weiß gar nicht, hier müsste eigentlich auch einer sein. Ich sehe aber gerade nichts. Wahrscheinlich ein Fenster da drüber über dem Papierkorb. Na, das bricht doch. Es kann passieren, dass digitale Potenziale gar nicht ausgenutzt werden. Was mache ich hier? Ich ahme Papier nach, sieht man bei dem Dokument oben links schön. Aber digitale Dokumente könnten ganz was anderes können als Papierdokumente. Teilweise ist das natürlich auch so. Also ich kann ja hier in dem digitalen Dokument zum Beispiel Bearbeitung vornehmen, was ich auf Papier nicht ohne weiteres kann. Aber sowas wie Verknüpfungen links, automatische Einbindungen oder sowas, das liegt nicht nahe, wenn ich eine Papiermetapher habe. Das heißt, ich verpasse etwas. Andersrum könnte ich aus der analogen Welt etwas erwarten, was ich dann in der digitalen Welt gar nicht habe. Wo ist zum Beispiel der Kopierer? Wo ist der Tacker? Oder muss ich am Ende der Zeile immer Enter drücken, weil ich das bei der Schreibmaschine, bei der guten alten Typenschreibmaschine immer so machte? Liegt ja nahe, wenn ich denn doch das irgendwie nachbaue und wenn ich sage, das ist eigentlich auch nur hier eine Schreibmaschine, halt eine nachgebaute digitale. Das Problem, um das zusammenzufassen, ist, alle Funktionalitäten müssen sich auf diese Metaphorik beziehen und sind dadurch auch von ihr eingeschränkt. Oder ich habe einen Metapherbruch. Metaphern werden oft zu eng interpretiert. Das sehen wir hier. Magic Gap haben wir da auf der linken Seite. Das ist so ein Betriebssystem, eine Nutzungsoberfläche für PDAs, also Vorgänger von Smartphones. Und da wurde auch eine Desktop-Metapher angewandt. Aber diese Desktop-Metapher ist viel zu eng gewählt. Guckt euch das mal an. Da ist ja ein richtig 3D, was nachgebaut und richtig aufwendige Objekte. Unten gibt es auch Schubladen und sowas. Genau die gleiche Funktionalität hätte ich auch bereitstellen können, wenn ich einfach Icons auf dem Desktop gemacht hätte. Dafür hätte ich das nicht gebraucht. Und der Vorteil eines Schreibtisches, den ich sonst hätte, also ich kann da mir das selbst anordnen oder ich kann ja irgendwie stapeln und was ich alles so machen kann auf dem Schreibtisch, das habe ich ja alles nicht. Also nutzt gar nichts diese Metapher. Auch die rechte Seite, da denkt man meistens nicht so drüber nach. Wir haben eben schon mal den Windows-Taschenrechner gesehen. Der hat das Phänomen natürlich auch. Guckt euch mal diesen Taschenrechner an. Der sieht aus wie ein Taschenrechner, also wie so ein guter alter Taschenrechner, den man sich halt auch zulegen kann, wenn man vielleicht in der Schule hatte oder so einen ganz einfachen, gab es früher immer als Werbegeschenke solche einfachen Taschenrechner. Dieses Programm ist dem Taschenrechner, sagen wir mal zu 100 Prozent nachempfunden. Warum? Das ist doch gar nicht sinnvoll, eine Software zum Berechnen am PC so darzustellen. Es ist was anderes am Smartphone, weil am Smartphone tippe ich per Touch und dann macht natürlich so eine virtuelle Tastatur Sinn. Aber an einem PC oder einem Mac, wo ich mit einer richtigen Tastatur arbeite, ist das überhaupt nicht sinnvoll. Ich bin geneigt, den Taschenrechner völlig ungeschickt zu benutzen, indem ich mit der Maus hingehe und immer nacheinander die Tasten anklicke. Das ist doch nicht sinnvoll. Das heißt, hier sind diese Nachbauten, Metaphern in diesem Sinne, viel zu eng angesetzt. Warum sollte man das so machen wollen? Auch vermeiden, auch problematisch, oder eigentlich problematisch denn sogar, sind unechte Metaphern. Diese Nachbaumetaphern, die wir gerade hatten, für die kann man ja sogar gut argumentieren. Man kann sagen, gerade Anfänger sind dadurch vielleicht im Vorteil und wenn man sich mit Computertechnik nicht so gut auskennt, dann machen wir vielleicht doch lieber mal das. Aber guckt es eine Metapher für eine Software? Das ist eine Software, die heißt Atomium Multimedial und oben steht auch ein Online-Netzwerk zum Erkunden, Lernen und Erarbeiten von Musik. Und wenn wer die Software vielleicht erkennt, das ist ein alter Netscape, in dem das hier dargestellt wird. Das war so offensichtlich eine Website. Ja, jetzt haben wir hier Atomium Multimedial. Das Atomium, kennt ihr vielleicht, ist so eine Statue, die steht in Brüssel und die zeigt, also die stellt so ein Atommodell quasi dar. Und unter diesem Atomium war früher ein Atomreaktor. Das ist aus einer Zeit, also als man noch ganz anders über Atomenergie dachte, als man heute darüber dachte, als das eine richtige Zukunftstechnologie war. Der Reaktor ist heute nicht mehr da, aber das Atomium gibt es noch. Man kann da auch rein und kann das teilweise begehen. Gut, das Atomium ist aber eigentlich egal, denn der Inhalt dieser Musik, der hat mit diesem Atomium überhaupt nichts zu tun. Was hat denn Musik mit dem Atomium zu tun? Jetzt sind hier einzelne Kugeln mit irgendwas betitelt, wie Studio und Liefereingang und Foyer. Aber was bedeutet das denn? Was soll denn das heißen? Das ist gar keine Metapher für irgendetwas. Eine beliebte Variante davon ist so eine Raummetapher, wie wir sie da unten rechts sehen. Das heißt, wir können, haben viele Sachen zur Auswahl und haben jetzt hier viele Türen, die diese Auswahl darstellen und haben vorne so einen Aufenthaltsraum. Auch das ist eine Metapher, die überhaupt nichts sagt, weil wir haben keinen Raum, in dem wir irgendwas machen können, in dem wir uns vielleicht irgendwie treffen könnten. Das ist einfach nur eine Darstellungsweise für eine Navigation. Diese Metaphorik bringt bestenfalls nichts und schlimmstenfalls irritiert sie, weil man dann etwas annimmt, was da sein könnte. Also das ist dann aber gar nicht da. Also nicht machen. Bei Metaphorik immer aufpassen, nicht zu stark werden, nicht zu eng sehen, am besten vielleicht gar nicht versuchen, eine ganz extreme Metaphorik einzubauen und vor allen Dingen keine gefakten Metaphoriken. Nächster Ansatz, Dialog. Den Begriff Dialog hatten wir gerade eben schon bei der ISO 9241. Da wurde immer vom Dialogsystem gesprochen. Oder ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er blubblubblubblubblub. Altmodischer Ausdruck habe ich da gesagt. Ja. Was hatte man denn mit diesem altmodischen Ausdruck eigentlich im Kopf? Na, man hat früher, und das werden wir jetzt in zwei Wochen bei der Computergeschichte gesehen, dass mit einer bestimmten Entwicklung in der Computergeschichte es auf einmal so war, dass ich nicht mehr irgendwelche Stapel von Lochkarten oder sowas abgegeben habe, sondern dass ich einen Befehl eingegeben habe und dann kam auf so einer Schreibmaschine, auf einem Fernschreiber, eine Antwort und dann konnte ich da wieder drauf reagieren und dann hat man gesagt, oh, das ist ja wie ein Dialog. Ich spreche mit meinem Computer. Und das ist aus der Mode gekommen und ist heute wieder ein bisschen mehr in Mode mit Siri und Alexa und Cortana und wie sie alle heißen, aber man redet da auch nicht mehr vom Dialogsystem. Tja, ist das problematisch? Kann es sein. Muss es nicht unbedingt sein, aber kann es sein. Gucken wir uns mal dieses Buch hier an. The Art of Interactive Design. Da stehen interessante Sachen drin über Nutzungsschnittstellengestaltung, aber es hat auch ein paar kritische Aspekte. Das Buch ist hier von Chris Crawford, steht oben drüber und er beschreibt Interaktion als einen dreiprasigen, reziproken Prozess, der isomorph zu einer Konversation ist. Also, was heißt das? Wenn ich mit dem Computer interagiere, ist das das Gleiche, wie ich mit einem Mensch interagiere. Das will er eigentlich sagen. Ja, und was steht da? Eine Person hört einem Partner zu, dann denkt er drüber nach, was gesagt wurde und dann antwortet er dem Partner und der Partner macht dann dasselbe. Deswegen reziproch halt immer hin und her. Ist das hier sinnvoll? Der Partner macht dann dasselbe? Also, dass das ich drüber nachdenke, wenn am Computer was passiert, ist das gleiche, wie wenn der Computer was verarbeitet, was ich eingegeben habe? Ist das eine sinnvolle Aussage? Das ist sehr, sehr, sehr kritisch. Also, von einem Dialog an dieser Stelle auszugehen oder das sozusagen, ist auch wieder eine Metaphorik und eine, die zu Fehlannahmen führen kann. Und Chris Crawford spricht klar dafür, dass man einen Dialog, wie man ihn mit Menschen führt, mit dem Computer nachbauen sollte und er meint, dadurch wird es schöner, dadurch wird es besser. Und ich wage das stark zu bezweifeln. Schauen wir uns mal das hier an. Ein paar Beispiele. Das ist eine Folie, die habe ich in ähnlicher Form von meinem ehemaligen Chef übernommen und er hatte das so anekdotisch immer erzählt und war immer ein großer Lacher auch in der Vorlesung. Ich habe immer dann gedacht, naja, aber kommt sowas eigentlich überhaupt noch vor? Gucken wir mal gerade. Also, die Geschichte ist die, ein anfänglicher Nutzer sitzt vor dem Bildschirm und hält die Fehlermeldung. Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. Teile oder alle Daten können verloren gegangen sein. Ja, und da drunter steht eine Schaltfläche, da steht OK drauf. Dann sitzt der Nutzer da und bricht in Panik aus, fängt an zu schwitzen und sagt, ja, das ist nicht OK, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden. Ich drücke einfach nicht auf OK, dann passiert das ja auch nicht. Ich werde das einfach nicht zulassen. Das ist natürlich Unsinn. Also, da merkt man, OK ist an dieser Stelle gar keine Kommunikation. Ich bin ja gar nicht frei zu sagen. Ich werde auch gar nicht nach meiner Meinung gefragt. Da ist einfach eigentlich was passiert. Und dann steht da OK und eigentlich ist OK eine Unverschämtheit an dieser Stelle. Also, ich will doch nicht mit OK darauf antworten. Na toll, darum geht es doch gar nicht. Wie könnte man die Gestaltung verbessern? Naja, man hätte einfach an dieser Stelle, jetzt mal davon abgesehen, dass der Fehler einfach gar nicht passieren sollte, ja, gelesen oder schließen oder irgendwas auf diesen Knopf draufschreiben können und nicht OK. OK ist also ziemlich das Blödeste, was man auf diesen Knopf draufschreiben kann. Und ich habe jetzt immer gedacht, das ist irgendwie so ein altes Beispiel, das kommt gar nicht mehr vor, bis mir letztens mal mein Microsoft Word abgestürzt ist und mir genau diese Meldung hier gegeben hat. Und da steht, es gab ein Problem mit Microsoft Word und die jüngsten Teile ihrer Arbeit und mögliche sind möglicherweise verloren gegangen. Und dann entschuldigen sie sich noch dafür, ohne dass sie es gewusst haben. Und unten rechts steht OK. Also, das gibt es immer noch. Bei OK sollte man sowieso immer skeptisch sein. Wir werden noch häufiger darüber sprechen, aber OK auf einem Knopf, immer schlecht. Ich kenne keinen guten Grund, jemals auf einen Knopf OK draufzuschreiben. Und auch viele andere Dinge nicht. Zum Beispiel dieses hier nicht. Das ist auch so eine Empfehlung. Da habe ich eine CD hier, die ist schon älter. Da wird in die ISO 9241 Teil 10 eingeführt, also den Vorgänger des überarbeiteten 110er-Teils der ISO. Und da wird genau so eine Entscheidung hier, also so ein Design hier empfohlen im Zusammenhang mit Selbstbeschreibungsfähigkeit. Warum? Na ja gut, hier gibt es diese drei Knöpfe. Ja, nein, abbrechen. Und was sie bedeuten, steht da. Da steht ja, wenn Sie ja oder wählen Sie ja, um das zu machen, wählen Sie nein, um das zu machen und wählen Sie abbrechen, um das zu machen. Das ist wirklich kein gutes Design. Das ist auch ein an den Dialog erinnerndes Design. Der Computer stellt eine Frage und ich antworte. Und ich habe genau drei Antwortmöglichkeiten. Na ja, ist ja toll, werde ich ja eingeschränkt in dem, was ich sagen kann. Ich kann jetzt irgendwie nichts anderes dazu sagen. Na gut. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt mal betrachte, wie kompliziert es eigentlich ist, was ich hier tun muss. Ich muss für ja überlegen, was bedeutet ja in Relation zu der Frage, die da gestellt wurde. Das sind richtig komplexe Handlungen im Kopf. Das Gleiche gilt natürlich auch für nein und auch für abbrechen. Und gerade abbrechen ist oft kompliziert. Wenn ich es mir nicht erklären kann, kann ich es jetzt nachlesen. Gut. Aber dann bedeutet das, dass was die Knöpfe bedeuten, was die Knöpfe tun, steht gar nicht da, wo die Knöpfe sind, sondern steht an einer anderen Stelle. Warum sollte man das so machen? Man kann das vereinfachen, indem man einfach auf die Knöpfe draufschreibt, was passiert, wenn man auf die Knöpfe drückt. Und oben schreibt man hin, was eigentlich das ist, was gerade passiert ist. Und jetzt seht ihr den vielen Freiraum dazwischen. Das heißt, es ist auch noch nicht mal irgendwie mehr Text oder irgendwie sowas geworden. Es ist einfach nur prägnanter. Man könnte jetzt die Meldung natürlich kleiner machen. So, irreführende Dialoge. Also überhaupt, naja, irreführend, war das gerade irreführend? Es war ein bisschen zu kompliziert. Aber das kann schnell passieren, dass das irreführend wird. Hier haben wir ein altes Beispiel aus einem Computersystem, ein Atari ST, den es seit 1985 gibt. Das Programm hier, First World Plus, ist von 1986. Hatte ich sogar mal selber damals. Eigentlich nicht ich, mein Vater gehörte der Rechner. Aber ich habe da immer schön dran rumgeklimpert. Und diese Textearbeitung, da kann ich mich auch daran erinnern, dass wir die auch hatten. Ja, was kann ich hier machen? Ich kann hier oben so ein Menü aufrufen und da kann ich sagen, speichern als. Und wenn ich jetzt dann, dann wäre jetzt eine Dateiauswahlbox gekommen. Jetzt gehen wir mal an, ich hätte da einen Dateinamen eingegeben, den es schon gibt. Dann kommt diese Meldung, die hier steht. Es existiert bereits eine Datei mit diesem Namen. Soll sie in Dateiname.bug umbenannt werden? Ja, nein. Jetzt habe ich wieder das Problem. Was bedeutet jetzt ja? Ich muss es beziehen auf diese komplette Frage. Es ist sehr kompliziert. Zumal auch noch nicht ganz klar ist, was genau umbenannt wird. Ich nehme mal an, die Datei, die schon da ist, weil back steht ja für backup. Er würde Sinn ergeben. Noch schlimmer ist, was passiert eigentlich bei Nein? Speichere ich dann gar nicht? Oder wird dann die Datei einfach nur so überschrieben? Das ist unklar. Das Nein sagt das gar nicht aus. Es fehlt einfach an dieser Stelle was. Noch schöner. Unten steht Ende. Ende bedeutet hier jetzt also das Programm schließen. Das ist vielleicht auch ein bisschen eigenhaltig betitelt mit Ende, aber sei es mal so. Wenn ich das mache und ich habe noch nicht gespeichert, dann kommt diese Meldung hier und da steht aktuelle Bearbeitung beenden und Text nicht abspeichern. Und ich habe als Optionen Abbruch und Beenden. Was muss ich denn jetzt drücken, um den Text doch abzuspeichern? Naja, Abbruch. Aber das ist kompliziert, weil ich muss mir dann merken, dass ich mit dem Abbruch das Beenden abbreche. Solche irritierenden Dinge, wo ich das Beenden beende, das Abbrechen abbreche. Das ist irgendwie, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. An dieser Stelle ist zwar keine Frage gestellt worden, aber ich habe auch jetzt hier so Knöpfe wie Abbruch und Ja, Nein, Okay. Das sind alles generische Knöpfe. Also der Knopf, den kann ich an tausend Stellen verwenden und er bedeutet immer was anderes, je nachdem, was im Kontext so los ist. Und da könnt ihr euch jetzt schon mal merken, da kommen wir noch ganz oft in der Vorlesung darauf zurück, das sollte man immer vermeiden. Keine generischen Knöpfe verwenden. Was haben wir für schöne Beispiele dafür? Hier ein älteres von Microsoft PowerPoint. Wollen Sie jede Folie in der Präsentation exportieren? Um nur die aktuelle Folie zu exportieren, klicken Sie auf Nein. Also dann ist Ja und Nein noch nicht mal wirklich eine Antwort auf die Frage, wobei doch, aber was Nein bedeutet, steht an einer anderen Stelle und warum sollte ich Nein drücken, um eine Folie zu exportieren? Komisch. Dieses hier aus Virtual Box, sehr komplizierte Fehlermeldung. Also muss man erst mal verstehen, die von den Prozessoren in dieser Maschine unterstützten Funktionen stimmen nicht mit den unterstützten Funktionen in den Prozessoren der Maschine überein, in welcher der Snapshot gespeichert wurde. Was habe ich gemacht? Ich habe auf einem älteren Laptop eine virtuelle Maschine angelegt, habe die nicht beendet, sondern habe die in so ein Hibernate versetzt, habe das auf einen anderen Rechner kopiert und die da wieder gestartet und dann sagt er mir, oh, deine Gastmaschine hat sich geändert, das kann aber mal in die Hose gehen. Das ist das, was hier steht. So, jetzt steht unten Ja und Nein. Was heißt denn jetzt Ja und was heißt Nein? Wo steht das eigentlich? Wo ist die Frage? Die Frage kommt ganz am Ende von diesem Text. Möchten Sie versuchen, diese virtuelle Maschine fortzusetzen. Aber das muss ich erst mal finden, was jetzt Ja und Nein an dieser Stelle bedeutet. Total kompliziert. Das ist Ryanair. Da gibt es, alle Fluggäste müssen entweder Priority Boarding auswählen und diese Auswahl aufheben. Also ich muss mich entscheiden, soll das wohl irgendwie heißen. Klicken Sie Ja, um Priority Boarding auszuwählen. Nein, um es aufzuheben. Aber hier ist gar keine Frage, auf die ich antworte. Und warum steht da nicht auf dem Knopf drauf Priority Boarding oder kein Priority Boarding? Viel zu kompliziert. Noch ein schönes Beispiel, das ist mir erst kürzlich untergekommen. FileZilla, ein FTP-Programm. Gibt es auch für Windows. Hier ist es die Mac-Version. Und ja, ich war noch in der Bearbeitung von einer Datei, habe dann das FileZilla beendet und dann sagt er mir, einige Dateien werden immer noch bearbeitet, müssen hoch oder müssen hochgeladen. Da fehlt wohl ein Werden. Ja, nein. Wollen Sie FileZilla jetzt beenden, steht irgendwo mittendrin. Wollen Sie FileZilla wirklich beenden? Auch hier, wenn auf den Knöpfen einfach drauf stünde, wirklich beenden oder beenden ohne Dateien hochzuladen oder irgendwie was. Es gibt auf jeden Fall bessere Lösungen. Und das passiert auch. Es werden auch solche Verbesserungen gemacht. Hier eine alte Version von OpenOffice. Und ihr seht auch wieder, relativ kompliziert. Was ich gemacht habe, ist, ich hatte eine Datei und möchte sie abspeichern und habe dann gesagt, ich möchte sie im Word 97 Format oder Word XP Format, also als Doc-Datei abspeichern. Und dann hat er mich davor gewarnt, dass ich da eventuell Formatierungen habe, die dann verloren gehen. So, da steht auch wieder Yes und No. Und worauf bezieht sich Yes und No? Und was tut Yes, was tut No? Schwierig, total kompliziert. Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn in späteren Versionen, hier in der Version 3.2, jetzt mal ist es jetzt hier vom Mac, das ist aber wieder egal, ist einfach, wo ich den Screenshot gerade hergekriegt hatte. Naja, das ist genau der gleiche Fall, der hier dargestellt ist. Und siehe da, es steht auf den Knöpfen drauf, was man tun kann. Es steht da, aktuelles Format beibehalten oder im ODF Format speichern. Und ich habe diese beiden Optionen direkt da. Das heißt vor allen Dingen, wenn ich schon weiß, was dieser Dialog macht, ich muss das vielleicht gar nicht mehr lesen, kann ich mich direkt entscheiden und muss gar nicht mehr überlegen, was war denn jetzt Ja, was war jetzt Nein, und muss das dann nochmal nachgucken. Auch problematisch im Zusammenhang mit Dialog ist Humor. Ganz vorsichtig damit sein, irgendwelche lustigen Fehlermeldungen zu machen. Das hier links ist auch von dem Herrn Crawford und er schlägt solche Fehlermeldungen vor und meint, das würde den Nutzer irgendwie in bessere Stimmung versetzen, wenn oben zum Beispiel drüber so steht wie I screwed up und unten dann ein Knopf shoot the programmer. Rechts haben wir das, das YouTube ist mir das untergekommen. Ach ja, wenn das mal einmal vorkommt, vielleicht habe ich dann gelacht, aber spätestens beim zweiten oder beim dritten Mal macht einen das ja richtig aggressiv. Kein Humor in Fehlermeldungen, es findet kein Dialog statt und der Computer ist nicht lustig mit uns. Mal kurz ein Einschub, wie ist das eigentlich mit Alexa, Siri und Co.? Da könntet ihr ja jetzt sagen, aber bitte, mit Alexa, Siri und Co. führe ich doch eindeutig ein Gespräch. Ja, das tut man tatsächlich und tatsächlich werden diese Systeme ja auch immer besser. Am Anfang war das ja schrecklich, man musste genau wissen, was man sagen muss, damit überhaupt irgendwas passierte, so ist das ja gar nicht mehr. Es ist ja mittlerweile so, dass man relativ gut mit denen relativ frei Unterhaltungen führen kann, um das zu erreichen, was man möchte. Aber das ist total eingeschränkt und das wird auch total eingeschränkt bleiben. Das ist nämlich kein technisches Problem, sondern es ist ein Problem der Interaktionsart. Überlegt mal, was kann man mit Siri so machen oder Cortana oder sowas, also Decker stellen. Vielleicht könnte man sogar auch noch eine Pizza bestellen, aber da bin ich mir schon nicht mal mehr sicher. Also relativ einfache Dinge kann man damit machen. Stellt euch mal da vor, ihr solltet damit eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben. Das würde doch nicht funktionieren. Ihr könntet zwar eine Diktatfunktion benutzen, aber stellt euch mal vor, ihr wolltet Änderungen machen. Und dann sagt ihr auf einmal sowas wie im zweiten Absatz das fünfte Wort vor den dritten Buchstaben ein O hinzufügen. Das wird dann so kompliziert. Und vor allen Dingen, wenn das auch noch so ist, dass ihr nicht seht, also ihr habt keinen Bildschirm, sondern ihr habt nur die Tonausgabe. Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Das heißt, für solche Arten von Interaktionen, komplexere Interaktionen auf Objekte bezogen am Bildschirm, über die reden wir hier üblicherweise in dieser Vorlesung, da funktioniert diese Erzähl- oder Erzählmetaphorik, Unterhaltungsmetaphorik einfach nicht mehr. Das kann nicht gut funktionieren. Und natürlich sollte man bei Alexa und Siri und Cortana so einen Pseudodialog führen. Klar, aber nicht in jedem System und nicht in komplexeren Systemen irgendwelche Dialoge, die gar nicht stattfinden, simulieren. Das führt zu mehr Problemen als alles andere, das haben wir gerade eben schon gesehen. Sprechen wir über unseren Ansatz. Wir sind auf der Suche nach einer eigenen Theorie. Wir haben jetzt gerade ein paar Ansätze gesehen, die nicht so gut funktionieren. Was funktioniert denn? Naja, ein Ansatz ist einer, der häufig vorgebracht wird, ist, naja, einfach Nutzer fragen. Wir müssen einfach nur die Nutzer fragen. Das ist gerade im Bereich Usability sehr verbreitet. Mit rechts seht ihr so ein Plakat. Das war mal vor ein paar Jahren auf einer Tagung, hing das überall. Von der German UPA. UPA ist die Usability Professionals Association. Also so ein Verband von Leuten, die Usability-Tests machen. Und die hatten dieses schöne Plakat, frag die Nutzer. Und dann haben wir gesagt, das ist immer das Wichtigste, frag die Nutzer. Jetzt fragen wir mal, funktioniert das? Kann das gehen, dass wir einfach dadurch bessere Software machen, dass wir die Nutzer fragen? Zum Teil bestimmt. Also die Nutzer nicht fragen, wäre schon auch doof. Aber reicht es, die Nutzer zu fragen? Und jetzt machen wir mal einen Vergleich mit der Medizin. Stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt nicht Leute, die Software gestalten sollen, sondern wir sollen jemanden gesund machen. Wir sind Ärzte. Und reicht es als Arzt, den Patienten zu fragen? Also man muss den Patienten fragen. Klar. Aber es reicht doch nicht. Ich muss doch als Arzt auch was von Medizin verstehen. Ich kann nicht nur den Patienten fragen. Und in diesem Teil genau wollen wir uns kümmern. Wir wollen also gucken, Medizin, das Äquivalent zu Medizin, das wollen wir jetzt hier herausfinden. Jetzt kann man dann sagen, ja gut, das gibt es doch schon. Das brauchen wir doch nicht mehr neu herausfinden. Ich kann doch einfach in andere Forschungsbereiche gehen. Kann ich beim Arzt eigentlich auch machen. Ich kann doch sagen, naja, ein bisschen Wissen über Biologie, dann weiß ich, wie Organe funktionieren, Blutgefäße und so weiter. Ein bisschen Wissen über Chemie, ja, dann weiß ich, wie Stoffe zusammenwirken. Das brauche ich zum Beispiel für Medizin und so was. Und ein bisschen Wissen über Physik, dann weiß ich zum Beispiel was über Mechanik und Festigkeit von Stoffen. Also zum Beispiel, wann Knochen brechen oder so was. Da hilft mir wahrscheinlich auch Wissen aus der Physik. Reicht das? Nee, das reicht nicht. Kein Mediziner würde sagen, ja, mein Medizinwissen ist einfach nur so ein Konglomerat von irgendwas aus anderen Wissenschaften. Nein. Man braucht diese Wissenschaften und man braucht auch die Erkenntnisse aus diesen Wissenschaften. Aber die Medizin geht natürlich einen Schritt darüber hinaus und hat eigene Theoriebildung, eigene Konzepte, eigene Methodiken, mit der sie arbeitet. Und da gehört dann auch wieder dazu, eine Anamnese zu machen, also den Nutzer zu fragen. Das heißt, jetzt nehmen wir mal die Metaphorik wieder auf, wir sind quasi die Mediziner, wir sind die Ärzte für die Software und wir müssen Medizin entwickeln. Wir brauchen einen eigenen Ansatz, der dieser Medizin quasi entspricht, also einer eigenen Theorie, einer eigenen Methodik für Nutzungsschnittstellengestaltung, ergonomische Nutzungsschnittstellengestaltung. Und auf diese Spur gehen wir jetzt ab der nächsten Woche und machen das in drei großen Schritten. Das ist unser ganzer Theorierahmen, der wird sich jetzt über einige Wochen hinziehen. Das heißt, wir machen, wir sprechen einmal über Artefakte. Artefakte, also Gegenstände und wie die Gegenstände, wie wir mit Gegenständen in unserer Umwelt umgehen. Das gucken wir uns an, weil das ist eine wichtige Grundlage für unseren Ansatz. Dann kümmern wir uns einmal um Interaktivität. Da rede ich vor allen Dingen darüber, naja, wie ist denn diese Interaktivität am Computer eigentlich entstanden. Wir machen das so ein bisschen historisch. Also ich erzähle euch eine Computergeschichte der Nutzungsschnittstelle. So ein bisschen mein Steckenpferd. Aber da kann man auch vieles dran herausfinden, was wir für unseren Ansatz brauchen. Und als letztes kümmern wir uns um einen ganz wichtigen Teil, natürlich die Wahrnehmung. Denn ganz viel, was wir am Computer machen, hängt mit der Wahrnehmung zusammen und wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert. Vor allen Dingen ganz stark mit dem Sehsinn. Und ohne die Wissen über diesen Sehsinn können wir uns nicht so eine Grundlage, so eine Medizin quasi herleiten. Das machen wir aber alles ab der nächsten Woche und heute machen wir nichts mehr. Ich zumindest mache heute nichts mehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.